Am meisten hat mir aber nichts eingefallen, wo ich allemal in unserem Werkheim in der Gummer sein konnte. Ja, der ganze Südländische Tag wusste ich genügend Arbeit gehabt. Ich habe auf der Fuhrsammel auch nicht die Fläuste um den Ofen herumgelegen, heisst Nebeln und auf der Anrichte beiten. Zack, am Spendel haben wir zusammen auf Talbert das Deckel von Gummeln unter dem Tor. Und wedi Gummeln, Gummeln wie Herrenkühne mit Gerübeln. Dazu haben wir Arfligen mit den Plägerkäse hineingeworkelt, heisst ihr auch geflüppelt oder möbeln. Mit den Manken ist die Garhals in der Bummer ein Hebelger gewesen. Weder wenn sie Spierenauern gemacht hat, in die Fliechase zeugt sie unten in die Manken genistet, als man schier musste hinteren reizen, wenn man es mit dem Rundenlöffel rausgefleucht hat. Hörgut abeinander kann ich dort oben zum Mögen hinteren heizen. Der Garhals hat beiden einmal gesagt, gut, ich meinte, hier Garhals habe ich gespritten gekriegt. Das war's. Das war's. Das war's.